Wie geil ist das denn? Hallo Leute, grüßt euch. Wir gehen wieder auf Tour mit BuschiTV, werden Mo Fürste, Hockey-Nationalspieler, Hockey-Legende treffen. Mit ihm über die, das werden die Hockeyspieler nicht gerne hören, aber es ist so Randsportart Hockeysprechen, die dem deutschen Sport so viele Erfolge gebracht hat, in der jüngeren Vergangenheit und in der längeren übrigens auch. Und ich möchte euch jetzt an dieser Stelle mal wieder aufrufen, eure Fragen an Mo Fürste zu stellen. Warum habt ihr 2012 ein Schiff zerlegt? Was war in Peking 2008 im Deutschen Haus? Hey, da war ich dabei übrigens. Leckomio ging da die Post ab. Also, eure Fragen an einen sehr, sehr spannenden Typen, das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen, an Mo Fürste. Unter diesen Aufruf und alles wird gut. Mittwoch fliege ich nach Hamburg und treffe den Kerl. Herrlich. Tschüss, bis dahin.